Ich bin der Kai, ich bin 30 Jahre alt, Wirtschaftsinformatiker und der Gründer von Weibmeter. Warum sollten Unternehmen daran interessiert sein, glückliche Mitarbeiter zu haben? Alle Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, dass sie innovativ sein müssen, sie müssen sehr produktiv sein und sie müssen es schaffen, ihre Mitarbeiter, ihre guten Mitarbeiter zu halten. Studien beweisen, dass glückliche Mitarbeiter 300% kreativer sind, bis zu 31% produktiver und auch viel wahrscheinlicher sind, im Unternehmen zu bleiben. Das Problem dabei ist nur, ein Unternehmen muss erstmal wissen, was die eigenen Mitarbeiter glücklich macht und was nicht und da ist ja jeder speziell. Und genau das wollen wir mit Weibmeter erreichen. Weibmeter zeigt Unternehmen in Echtzeit, was Mitarbeiter denken und fühlen. Unsere Lösung besteht aus Hardware und smarter Software. Wir benutzen Touchscreens, die können im Unternehmen platziert werden, zum Beispiel neben der Kaffee-Ecke. Und dann auf den Displays kann man eine flexible, unterschiedliche Fragen einblenden. Und jeder, der daran vorbeiläuft, kann mit einem Klick 100% anonym Feedback geben. Keine extra App, die installiert werden muss, keine ewig langen Mitarbeiterumfragen per E-Mail. Warum wollen Kunden Weibmeter? Drei Fakten. Es ist super einfach. Ich stecke das Gerät in die Steckdose und bin fertig. Ich brauche kein extra teures Gerät wie ein iPad. Ich brauche noch nicht mal eine Internetverbindung. Zweitens, andere Lösungen zeigen immer nur bei der Auswertung die Frage und die Antwort. Weibmeter kann mehr. In Weibmeter kann ich zusätzliche Informationen, Quellen, Twitter, Aktienmarkt hinzunehmen und kann das in meine Auswertung mit einnehmen und kriege so ein viel besseres Bild. Und drittens, Weibmeter macht wesentlich mehr als nur Feedback sammeln. Auf Wunsch kann Weibmeter intelligent auswerten, das Feedback, was gegeben wurde und gibt dann konkrete Vorschläge, was die Firma machen kann, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Wie verdienen wir Geld? Na, wie man sieht, wir haben schon ein fertiges Produkt, aber das eigentliche Produkt, was wir verkaufen, sind Antworten. Das heißt, unsere Kunden zahlen einen kleinen monatlichen Beitrag und dann für jede gegebene Antwort einen Cent. Wir bekommen unsere Kunden hauptsächlich über Partnerschaften mit Beratungsunternehmen, die Weibmeter als zusätzlichen Service ihren Kunden anbieten. Der globale Markt für Software-Engagement-Software wird bis ins Jahr 2025 jedes Jahr um 13,5% steigen auf 346 Millionen US-Dollar. Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenserfolg. Die beiden Sachen gehören ganz eng zusammen. Und mit Weibmeter verbessern wir beides. Vielen Dank. Vielen Dank.